So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein cooles Jahresprojekt jetzt vor mir und da möchte ich euch gerne daran teilhaben. Da werde ich auch immer wieder ein Update zu drehen und zwar ist die liebe Hanna auf eine Idee gekommen. Und mich hat die Idee so angesprochen, als sie mich gefragt hat, ob ich da Lust zu habe, dass ich direkt gesagt habe, ja. Und zwar wollen wir ein, wie so ein Tauschbuch machen. Ich denke mal, jeder von euch kennt diese Bücher vom Teddy. Das sind halt so Scrapbooks, sind 8x8 und die haben halt so schwarzen Cardstock innen drin. Genau, so. Hanna hatte folgende Idee. Sie schickt mir ihr Buch, macht mir da ein Thema mit einem Sticky Note rein oder mit einem kleinen Zettel und ich gestalte quasi dann eine Seite zu dem Thema, was sie mir vorgegeben hat. Dann haben wir das Ganze nochmal so ein bisschen umgemodelt. Dann haben wir aus einem Buch sind jetzt zwei Bücher entstanden, dass im Endeffekt auch wirklich jeder ein Buch hat. Ich habe mir dann auch noch ein Buch gekauft und habe jetzt meins an sie geschickt und das ist jetzt Hanna Niers. Und wir haben jeder ein Thema ausgewählt. Das Lustige daran ist, dass sie das Thema Winter für mich ausgewählt hat und ich habe das Thema Winter für sie ausgewählt. Also wir haben uns im Vorfeld wirklich nicht abgesprochen und das Thema für mich ist wirklich Winter und ich finde das mega, mega cool. Also ich habe mich echt drüber gefreut. Die erste Seite wird eine Indexseite sein, also wie so ein kleines Inhaltsverzeichnis, wo wir das dann halt aufschreiben. Thema Winter habe ich gemacht an dem und dem Tag. Genau, dass man das halt nachverfolgen kann. Und da die Seiten sehr, sehr dünn sind, haben wir uns dazu entschieden, dass wir pro Thema immer eine Seite, also beziehungsweise zwei Seiten dann zusammenkleben. Genau. Ich denke mal, ich werde öfter mal mit euch das so gestalten, dass ich das in einem Video festhalte, wie so eine Seite entsteht. Ich werde nicht immer direkt auf den Seiten arbeiten. Das kann auch sein, dass ich mir mal einen großen weißen Cardstock nehme und darauf halt zu dem jeweiligen Thema dann gestalte und das dann hier reinklebe. So, das ist jetzt der eigentliche Grundgedanke. Ich bin sehr gespannt, das wollen wir jetzt das ganze Jahr lang durchziehen. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird und ob das so wird, wie wir uns das denken. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Das war jetzt nur mal so ein ganz, ganz kleines, kurzes, knappes Infovideo für euch, dass ihr wisst, was jetzt so in der nächsten Zeit unter anderem noch an Videos bei mir kommt. Ich weiß nicht, ob Hannah dazu ein Video dreht, aber ich denke mal schon. Und ja, ansonsten ich danke euch fürs Zuschauen. Ansonsten ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ und bis dann. Tschüss.